meine sehr geehrten damen und herren ich darf sie ganz herzlich zu diesem expertentalk begrüßen das thema heute cockpit connect mein name ist andreas samson ich bin ihr moderator und in dieser eigenschaft ist es mir eine große freude ihnen meine heutigen gesprächspartner vorzustellen als da wären hier live im studio mein kollege heinrich popov hallo hallo heinrich heinrich du bist paralympionik du bist orthopädie techniker und du bist anwender das alles zusammen ist eine sehr sehr interessante konstellation nochmals herzlich willkommen vielen dank per webex aus wien zugeschaltet begrüße ich meinen kollegen florian gießhammer florian ist der leiter des internal start-up connected prosthetics und hat mit seinem team cockpit connect entwickelt herzlich willkommen was ist cockpit connect das ist ein webportal für den orthopädie techniker dass es ihm erlaubt den prothesen status seines patienten aus der ferne zu überprüfen und damit komme ich auch gleich zur ersten frage heinrich du bist aufgrund deiner funktion viel am reisen national und international wie er geht es dir oder wie fühlst du dich wenn du in einem fremden land bist und dein x3 fängt auf einmal an zu piepen oder funktioniert einfach nicht so wie du es bis dato gewohnt bist ja jetzt habe ich ja das glück dass ich orthopädie techniker bin und auch ganz schnell mal nachschauen könnte nichtsdestotrotz sind auch in meinem leben situation wo ich mein notebook nicht dabei habe und meistens da passiert irgendetwas was mir eventuell auch die sicherheit nimmt ob ich meinem system vertrauen kann und ich kenne von anderen anwendern die genau diese situation auch öfters schon mal hatten in ihrem leben und da finde ich es extrem wichtig dass man sich da rückversichern kann kurz mit dem techniker kommunizieren kann der techniker einmal kurz drauf schauen kann und dann einem die sicherheit gibt okay es ist alles gut genießt deinen urlaub und wenn du wiederkommst kümmern wir uns um deine prothese der bedarf ist da und ich finde es sehr toll dass man jetzt über diese verbindung einem auch die sicherheit auf für das system dann gibt genau in diesem fall florian soll das tool cockpit connect die situation ja erheblich verbessern ja und das tut es auch also cockpit connect liefert eben dem orthopädie techniker eine möglichkeit sich so zu sagen direkt in die prothese einzuwählen und über die cloud also aus der ferne zu sagen ob die prothese richtig funktioniert ob alles okay ist das ist das was wir als prothesen status bezeichnen und ich kann jetzt also von meinem notebook hier in wien direkt mal die prothese von heinrich die er jetzt gerade an hat richtig funktioniert und dazu haben wir auch einen kleinen film vorbereitet andreas können wir die mal abspielen ja natürlich vielen dank für euren beitrag und ich sage film ab hallo noch einmal aus wien wir greifen jetzt aus der ferne auf heinrichs prothese zu und zu checken ob mit der prothese alles okay ist und das machen wir eben über cockpit connect cockpit connect starten wir indem wir in den browser cc.autobock.com eingeben und uns dann mit einem myautobock konto anmelden und wir sehen ich bin jetzt hier mit einem einzigen anwender verbunden der anwender ist eben heinrich und heinrich hat einen grünen balken und der status ist okay das heißt alles ist gut für eine demonstration ist es natürlich ein bisschen zu langweilig alles okay zu zeigen aus dem grund habe ich noch ein paar fiktive patienten mitgebracht in einem anderen cockpit connect konto hier sehen wir gibt es mehr patienten und wir sehen auch es gibt nicht nur grüne sondern es gibt auch zum beispiel den thomas der ist orange und orange heißt mit der prothese ist grundsätzlich alles in ordnung aber es gibt für mich etwas zu tun als orthopädie techniker und jetzt schauen wir kurz was es da für mich zu tun gibt das sagt mir cockpit connect nämlich das passteil nähert sich dem ende seiner lebensdauer und sollte bald ersetzt werden also das ist eine warnung und jetzt schauen wir uns noch einen fehler an der fehler wird angezeigt durch einen roten balken emily ist rot hat einen fehler cockpit connect wird mir jetzt genau sagen was der fehler ist nämlich ausfall der hydraulik steuerung und rot bedeutet auch dass die sicherheit in diesem passteil nicht mehr gegeben ist dass die prothese nicht mehr verwendet werden soll so zuletzt schauen wir uns noch einen aktivitäts report an von eva zum beispiel ganz oben können wir im date picker die zeit aussuchen die wir uns jetzt anschauen möchten also zum beispiel ein paar tage hier sehen wir wie viele schritte eva in diesem zeitraum gemacht hat für jeden tag wir sehen auch weiter unten wie sie ihre zeit verbracht hat in welchem modus und wir sehen auch wie schnell sie gegangen ist ja und das war schon unsere kürze einführung in cockpit connect zurück ins studio nach duderstadt herzlichen dank florian für diesen filmbeitrag heinrich das ist ja mal wirklich was neues ja andreas du sagst es und was mir da extrem gefällt jetzt auch als anwender dass die aktivitätsdaten auch aufgenommen werden können für mich ist das eine besondere form eine neue form der kommunikation zwischen dem techniker dem anwender und dem produkt was ich jetzt als orthopädie techniker daran so toll finde es auch eventuell kann ich meine arbeit damit auch begutachten oder kann daraus finden ob der neu gebaute schafft beim beim anwender ankommt ob er jetzt vielleicht mehr läuft florian korrigiere mich ob das falsch ist aber das geht jetzt mit der cockpit connect auch oder genau also uns ist es natürlich auch ein besonderes anliegen diese ganz besondere beziehung zwischen anwender und dem orthopädie techniker noch weiter zu stärken und da ist eben genau das was du gesagt hast der orthopädie techniker kann sehen wie viel wird die prothese verwendet wie viel geht der anwender mit der prothese und das nicht nur für einen kurzen zeitraum jetzt sondern auch über eine langfristige betrachtung ist da möglich man kann so das letzte jahr zum beispiel vergleichen vor einer neuen schafft mit den aktivitäten jetzt und kann dadurch eigentlich schon ganz guten indikator erhalten ob die änderung jetzt irgendwie für den anwender gut und angenehm war also ja die prothese benutzt oder eventuell auch nicht ich glaube aus meiner leistungssportkarriere wäre der trainer total begeistert von dieser funktion glaube ich auch ja der würde dann der braucht immer seine seine mäuschen um rauszufinden ob wir trainieren oder nicht trainieren und mit diesem checken der aktivitätsdaten wäre extrem happy was mir noch besonders gefällt ist dass das diese diese kommunikation wie ich die eben schon genannt habe dass sie selbstverständlich ist dritten problem auf so muss ich nicht direkt zum techniker so kann ich das ganz schnell auf dem digitalen weg klären ist das richtig florian ja genau also der größte vorteil ist eigentlich dass du in dem moment aus der ferne sagen kannst ob ein besuch bei dir in der werkstatt wirklich überhaupt nötig ist also es gibt genügend fälle wo das dann gar nicht nötig ist oder wo der besuch zumindest nicht sofort sein muss und die prothese gut und gerne noch ein paar wochen so verwendet werden kann und das gibt einem auch bisschen vorlauf um das dann richtig zu planen aber es gibt durchaus auch fälle wo die prothese zum beispiel einen fehler meldet und der fehler gar nicht in der prothese liegt sondern vielleicht nur im axonrohr und da muss auch nicht die ganze prothese oder das passteil eingeschickt werden sondern muss nur das vorgetauscht werden also da gibt es eine vielzahl an vereinfachungen von diesem ganzen von diesem prozess ja und es erleichtert ja auch einem die besuche wie florian eben gesagt hat wenn er schon feststellt dass das rohr irgendwie kaputt ist dann kann er das ja bestellen dann hat er schon da und dann muss ich nur einmal hinkommen und da freue ich mich extrem darauf dass das da auch zeit gewonnen wird florian wie sieht es mit dem thema service aus weil ich kenne das von mir da bin ich ein hallo drehen da bin ich immer zu spät ja genau also wir haben auch eingebaut dass in bezug auf services eine kleine warnung kommt schon 30 tage bevor das service überhaupt fällig ist das ist auch ein vorteil gegenüber den prothesen die sagen dass er erst wenn das service fällig ist das heißt man hat dann monat zeit irgendwie einzuplanen und das besser zu planen aber auch bevor die prothese das ende seiner lebensdauer erreicht da waren wir sogar schon sechs monate vorher weil da geht es ja um das thema versorgung da geht es um das thema anfangen mit der versicherung zu sprechen und das ganze einzuleiten dieser prozess dauert einfach viel länger und jetzt geben wir den ok ist da einfach sechs monate zeit und nicht richtig aktives refitting so nennen wir das oder wiederversorgung zu betreiben ja ganz interessant florian was du da geschildert hast während das video lief habe ich mir einige fragen notiert habe ich es richtig verstanden dass wenn ich cockpit connect korrekt nutzen möchte dass der anwender aber auch der orthopädie techniker ein my ottobock account benötigt genau aus technischer gegebenheit sind diese my ottobock accounts dringend nötig also wir können die verbindung zwischen orthopädie techniker und den anwendern nicht herstellen diese direkte verbindung ohne dass beide einen my ottobock account haben und darum brauchen die das einfach weiter ich komme zu einem thema zu einem sensiblen thema da geht es um datenschutz wir haben ja hier besonders schützenswerte daten weil es patientendaten sind wie gehen wir damit um florian ja wir gehen natürlich sehr sorgsam mit den daten um also die die da wie du gesagt hast die daten die uns da übergeben vertrauen voll das sind die daten die sind auch laut dsgv besonders schützenswert und die schützen wir auch dementsprechend also wir haben da verteilte datenbanken und verschlüsselungsmechanismen denen wir uns bedienen und wir gehen wirklich ausgesprochen sorgsam mit den daten um und gehen auch ausgesprochen transparent mit den anwendern und das ist was wo ich wirklich sehr stolz darauf bin weil es wirklich eine ganz wichtige sache ist dass wir alles was wir machen genau kommunizieren aber auch keine datenverarbeitungen durchführen die nicht direkt vom anwender irgendwie angeordnet sind oder oder genehmigt oder bewilligt das ist wirklich gut zu hören in welchen ländern ist denn cockpit connect momentan schon verfügbar also bei den ländern ist es so dass wir da eben aus datenschutzrechtlichen überlegungen jedes einzelne datenschutzrecht wo land genau prüfen müssen und so passiert die ausrollung land für land eins nach dem anderen im moment sind wir in neun ländern in mitteleuropa aktiv und das lese ich jetzt kurz vor so eben in deutschland und österreich frankreich italien in england und irland in den niederlanden in belgien und in schweden und das ist aber nicht das ende wir werden wie gesagt sukzessive weiter daran arbeiten ein land macht den anderen weiter auszurollen das wird ein bisschen dauern aber das kommt für welche produkte von otto bock kann ich denn cockpit connect nutzen ja in unserer entwicklung angefangen mit den drei populärsten mechatronische kniegelenken in unserer portfolio also mit mit genium und genium x3 das gibt es jetzt status quo wir arbeiten aber schon daran neue prothesen zu integrieren und es wird nicht bei den prothesen bleiben wir werden auch andere produkte von otto bock in dieses system mit aufnehmen ja wenn du mir zukünftige entwicklung als stichwort gibst dann ist das immer gefährlich wir haben in der kurzen zeit in der diskussion heinrich ja auch sehen können was für ein potenzial in cockpit connect steht kannst du uns noch ein bisschen präziser sagen wie die zukunft da aussehen könnte ja wir haben das system so angelegt dass wir es relativ flexibel erweitern können und das ist relativ kontinuierlich auch erweitern können das ist ein anliegen aus der entwicklung heraus und jedes mal wenn wenn ich auch mit kunden über das thema cockpit connect spreche dann ist es ein thema dass das immer gleich sofort kommt und das ist wann können wir denn prothesen über die cloud einstellen und über die cloud feintunen das ist wirklich ein thema an dem an dem arbeiten wir auch schon das wird es auch geben und das wird eine echt spannende geschichte wenn man dann my modes einstellen oder körpergewicht ändern oder widerstände ändern einfach aus der ferne machen kann ohne dass die leute in die werkstatt kommen müssen ich glaube das wird das wirklich ganz nachhaltig verändern absolut also ich als orthopädie mechaniker kann schon sagen dass ich mich da sehr sehr darauf freue ich glaube heinrich dass du hier auch mit zustimmst ja sehr total ich freue mich riesig darauf damit meine sehr geehrten damen und herren sind wir leider schon am ende unseres experten talks angekommen ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken ganz besonders auch bei ihnen meine sehr geehrten damen und herren für ihre zeit und aufmerksamkeit und bleiben sie gesund